Für mich war es das erste Mal, dass ich so ein Auto gefahren bin und es ist schon Wahnsinn, wenn du losfährst und einfach nur ein bisschen aufs Gas geht, wie der schon vortreibt. Da ist natürlich die Leidenschaft groß. Dieses schnelle Fahren beim Skifahren, das ist eigentlich im Auto auch übertragbar würde ich sagen, weil du bist einfach allein auf der Strecke und hast die Geschwindigkeit für dich und kannst das einfach ausnutzen. Audi ist natürlich der Hauptsponsor von unserer Rennserie und das ist halt einfach die Verknüpfung mit meinem Sport und dem Auto, dass Skifahren für mich die Leidenschaft schlechthin ist und das eigentlich so mit dem Auto verbunden wird.